Hi zusammen, ich bin Daniel von der DHBW Ravensburg und in diesem Video driften wir ein Stück in die Mikroökonomik ab und betrachten einen stilisierten Arbeitsmarkt, um dann im nächsten Video mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse das ASAD-Modell aufstellen zu können. Warum weichen wir an dieser Stelle von unserem gewohnten Vorgehen ab und wozu benötigen wir auf einmal die Mikroökonomik? Bei den bisher betrachteten Märkten, dem Güter- und dem Finanzmarkt sind wir immer davon ausgegangen, dass diese Märkte im Gleichgewicht sind. Und zwar ohne uns, um die mikroökonomischen Mechaniken dahinter Gedanken zu machen. Auf dem Gütermarkt soll der Preis dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind. Das heißt, dass kein Käufer leer ausgeht und kein Verkäufer auf seiner Ware sitzen bleibt. Beim Finanzmarkt war dies ähnlich, nur dass der ausgleichende Mechanismus dort der Zinssatz war. Und für einen Arbeitsmarkt übernimmt jetzt das Lohnniveau diese Aufgabe? So einfach ist das nicht, denn Arbeitsmärkte sind anders als Gütermärkte. Während man streiten kann, ob und wann reale Güter- und Finanzmärkte in einem Gleichgewicht sind, sind es echte Arbeitsmärkte nie. Wir können noch so viele Länder und Jahre betrachten, die Arbeitslosigkeit ist nie null und oft gibt es gleichzeitig eine Menge unbesetzter Stellen und die Klage über Fachkräftemangel. Wir erinnern uns an das zweite Video. Die natürliche Arbeitslosigkeit, bestehend aus friktionaler und struktureller Arbeitslosigkeit, verschwindet nie, während die konjunkturelle und saisonale Arbeitslosigkeit schwankt. Warum kommt der Arbeitsmarkt nie zu einem Gleichgewicht? Das hat mehrere Gründe. Der hohe Grad an Individualität auf beiden Seiten des Marktes, jeder Arbeitnehmer ist einzigartig und jeder Arbeitgeber ist anders, ist einer davon. Die träge und zum Teil stark regulierte Natur von Löhnen eine weitere. Im Gegensatz zu Preisen auf Finanzmarkten und Gütermärkten ändern sich Löhne nur langsam. Im tariflichen Bereich zum Beispiel nur alle ein bis drei Jahre bei einem neuen Tarifabschluss. Im außertariflichen Bereich sind die Unternehmen flexibler, aber auch dort ist es insbesondere schwierig Löhne nachträglich nach unten anzupassen. Stichwort Sticky Wages. Und auch das Arbeitsangebot lässt sich kurzfristig kaum beeinflussen. Natürlich kann die Ausbildung für Berufsbilder mit Fachkräftemangel attraktiver gestaltet werden, aber bis diese Änderungen greifen und die zusätzlich angeworbenen Studenten und Lehrlinge ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dauert es eine lange Zeit. Wir haben also kein Gleichgewicht. Was nun? Wir werden beide Seiten des Marktes getrennt betrachten. Erst die Arbeitnehmer und dann die Arbeitgeberseite. Starten wir bei den Arbeitnehmern, genauer gesagt bei dem repräsentativen Arbeitnehmer. Genauso wie bei Makromodellen sind auch Mikromodelle oft stark vereinfacht. Ein häufiger Trick, den man dabei verwendet, ist die Annahme homogener, das heißt gleichartiger Marktteilnehmer. Statt einer Vielzahl an verschiedenen, also heterogenen Arbeitnehmern mit unterschiedlicher Ausbildung, Lebenslauf, Lebensplanung, Referenzen, Familienplan und so weiter, betrachten wir einen einzelnen Arbeitnehmer aus einer großen Masse an gleichartigen Arbeitnehmern. Dieser Arbeitnehmer soll eine Nutzenfunktion U von F und E haben, welche abhängig von seinem Einkommen E und seiner Freizeit F ein Nutzniveau ausspuckt. Dieses Nutzniveau zeigt platt gesagt an, wie glücklich dieser Haushalt ist. Je größer U, umso besser geht es dem Haushalt. Und deshalb möchte der Haushalt diese Größen F und E so wählen, dass U einen möglichst hohen Wert annimmt. Man kann sich das Dilemma schon denken. Viel Arbeit bringt ein hohes Einkommen, aber wenig Freizeit, um dieses Einkommen genießen zu können. Wenig Arbeit dagegen bedeutet viel freie Zeit, aber wenig Einkommen, das man in dieser vielen freien Zeit ausgeben könnte. Über die optimale Gewichtung von Freizeit F und Einkommen E entscheidet die konkrete Nutzenfunktion und auch das Lohnniveau W, denn bei hohen Löhnen verbessert sich das Tauschverhältnis Freizeit zu Arbeit. Verwenden wir mal folgendes Zahlenbeispiel. Der Haushalt habe 100 Zeiteinheiten zur Verfügung, welche er in beliebiger Stückelung auf Arbeit und Freizeit verteilen kann. Sein Einkommen pro Zeiteinheit betrage 0,25. Seine Nutzenfunktion habe die Form U von F von E gleich F mal E plus 10 mal F. An dem ersten der beiden Terme dieser Funktion können wir bereits sehen, dass der Haushalt eine Kombination von Einkommen und Freizeit anstrebt. Wäre einer der beiden Faktoren 0, wäre dieser ganze Term 0. Was machen wir mit diesen Gleichungen? Zunächst können wir die Kombinationen an Arbeit und Freizeit, welche der Haushalt gegeben seines Lohnniveaus W erreichen kann, als Kurve darstellen. Einkommen abhängig von Freizeit gleich 25 minus 0,25 F. Bei einer Freizeitmenge von 0 arbeitet der Haushalt 100 Zeiteinheiten und erzielt ein Einkommen von 25. Bei einer Freizeitmenge von 60 Zeiteinheiten dagegen würde der Haushalt 40 Zeiteinheiten arbeiten und hätte ein Einkommen von 10. Der Nutzen bei letzterer Zeitaufteilung wäre z.B. U von 60 und 10 gleich 60 mal 10 plus 10 mal 60 insgesamt 1200. Ist 1200 Nutzen gut oder schlecht? Darauf können wir leider keine Antwort geben, denn hinter der Zahl 1200 versteckt sich keine Wertung im Sinne von schon ganz gut oder eher schlecht. Die einzige Aussage, die wir treffen können, ist, dass 1200 besser ist als z.B. 1000, aber nicht ganz so gut wie 1300 oder auch 1201. Die bessere Frage ist also, könnte der Haushalt mehr Nutzen erreichen, wenn er sein Verhalten ändern würde? Was ist die optimale Kombination von Arbeit und Freizeit gegeben U und W? Und wie viel Nutzen kann der Haushalt bei dieser optimalen Kombination erreichen? Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Optimum zu bestimmen. Eine rechnerische und eine grafische. Bei der rechnerischen Möglichkeit setzen wir einfach den Zusammenhang E abhängig von F gleich 25 minus 0,25F in die Nutzenfunktion ein. Wir erhalten dadurch U abhängig von F von E gleich F mal im Klammer 25 minus 0,25F plus 10F. Vereinfacht und umgestellt erhalten wir die Nutzenfunktion minus 0,25F zum Quadrat plus 35F. Eine Nutzenfunktion, welche nur noch von einer Variablen der Freizeit F abhängig ist. Das Einkommen ergibt sich nämlich automatisch durch die Wahl der Freizeit F. Um das Optimum zu finden, leihen wir die Funktion nach F ab, setzen die Ableitung 0 und lösen nach F auf. U nach F abgeleitet ist minus 0,25F plus 35F. 0 gesetzt und nach F aufgelöst erhalten wir F-Stern gleich 70F. Der Haushalt sollte sich 70 Einheiten Freizeit gönnen. Die übrigen 30 Zeiteinheiten arbeiten gehen und damit ein Einkommen von 7,5F erzielen. Der Nutzen wäre U von 70 und 7,5 gleich insgesamt 1225, also etwas mehr als die 1200 vorhin. Für die grafische Bestimmung benötigen wir neben der Geradengleichung E von F gleich 25 minus 0,25F eine ganze Schar an Kurven, die sogenannten ISO-Nutzenkurven. ISO ist lateinisch für gleich, also sollen uns diese Kurven alle Kombinationen von Freizeit F und Einkommen E anzeigen, an welchen die Nutzenfunktion einen ganz bestimmten Wert ausspuckt. Nennen wir diesen Wert einmal Ufix. Wir können dann die Gleichung schreiben als U abhängig von F und E gleich F mal E plus 10 mal F gleich Ufix. Und diese Gleichung können wir so umformen, dass wir eine weitere Funktion E von F erhalten. E gleich Ufix geteilt durch F minus 10. Je nachdem, was wir für Ufix einsetzen, erhalten wir dieselbe Kurve, aber mehr oder weniger nach rechts oben im Scharbild verschoben. Hier einige Beispiele mit 1000, 1225 und 1500. Wir suchen nun die höchste erreichbare ISO-Nutzenkurve. Jene ISO-Nutzenkurve, welche sich genau an die Kombinationsgerade des Haushaltes anschmiegt. Wichtig für uns ist die Frage, was bei einer Lohnerhöhung passiert. Wie wird der Haushalt reagieren, wenn sich sein Stundenlohn auf Weg gleich 1 vervierfachen würde? Wir erinnern uns an die rechnerische Lösung. Der Haushalt optimiert die Nutzenfunktion immer noch U abhängig von F und E gleich F mal E plus 10F. Gegeben dem Zusammenhang E von F gleich 25 minus 0,25F. Und dieser Zusammenhang ändert sich durch die Lohnerhöhung. Bei einer Erhöhung auf Weg gleich 1 konkret zu E von F gleich 100 minus F. Wie gerade im Scharbild wird steiler. Vor Einheit aufgegebener Freizeit ergibt sich ein Mehreinkommen von 1 statt nur von 0,25. Das neue Optimum finden wir wie das alte. Durch Einsetzen des Zusammenhangs in die Nutzenfunktion oder durch Anschmiegen der ISO-Nutzen-Kurven-Schar an die Budgetgerade des Haushalts. Rechnerisch erhalten wir eine Nutzenfunktion von minus F² plus 110F. Abgeleitet und 0 gesetzt und nach F aufgelöst erhalten wir ein optimales F von 55. Der Haushalt geht nun im Vergleich zu vorhin 15 Einheiten mehr arbeiten. Sein Einkommen steigt von 7,5 auf stolze 45 Einheiten. Seine Freizeit dagegen sinkt etwas auf 55 Einheiten. Erreicht ein Nutzen von U von 55 und 45 gleich insgesamt 2925. Deutlich mehr als bisher, wobei alles andere ja verwunderlich wäre. Interessant ist, der Haushalt arbeitet mehr, obwohl er bereits mit gleich viel Arbeit das Vierfache verdient hätte. Warum? Es gibt bei Lohnerhöhungen zwei gegenläufige Effekte. Den Einkommenseffekt und den Substitutionseffekt. Beim Einkommenseffekt nutzt der Haushalt den besseren Zeitlohn, um mehr Freizeit haben zu können. Ein typischer Gedankengang dazu wäre, mir reicht das Geld locker, ich möchte lieber mehr Zeit mit Familien und Hobbys verbringen oder meine Work-Life-Balance verbessern. Der Substitutionseffekt beschreibt das Gegenteil. Durch den höheren Zeitlohn lohnt sich das Arbeiten wortwörtlich mehr. Und da es sich mehr lohnt, wird mehr Zeit in Arbeit investiert. Bei diesem Stundensatz mache ich doch gerne Überstunden, wäre ein passender Gedanke zu diesem Effekt. Welcher Effekt überwiegt, das kommt auf die konkrete Nutzenfunktion und das Basislohnniveau an, von welchem ausgehender Lohn erhöht wird. Grafisch können wir die Effekte mit einem kleinen Trick sichtbar machen. Wir nehmen die alte Kombinationsgerade, auch Budgetgerade genannt, und verschieben diese so lange nach rechts oben, bis wir die neue höhere ISO-Nutzen-Kurve tangieren. Der Weg zwischen dem alten Optimum und diesem neuen Schnittpunkt zeigt uns den Einkommenseffekt. Der Weg von diesem neuen Schnittpunkt weiter zum neuen Optimum zeigt uns den Substitutionseffekt. Der Gesamteffekt ist dann der Unterschied von altem und neuem Optimum. Typischerweise ist der Substitutionseffekt bei einem niedrigen Lohnniveau ausgeprägter, weshalb wir insgesamt folgenden Zusammenhang zwischen Arbeitsangebot und Lohnniveau finden. Bei niedrigen Löhnen wollen viele Haushalte zu diesen Konditionen nicht arbeiten. Eine Lohnerhöhung würde das Angebot an Bewerbern deutlich erhöhen. Bei mittleren Löhnen fallen sich beide Effekte in etwa die Waage. Bei sehr hohen Löhnen dagegen würde eine weitere Lohnerhöhung dazu führen, dass mehr und mehr Haushalte Teilzeitstellen präferieren würden. Insgesamt also nichts Lineares, sondern ein u-förmiger Zusammenhang. Jetzt zu den Arbeitnehmern. Wir wissen nun, wie die Bewerberzahl vom Lohnniveau abhängt, aber wie sieht es mit der Anzahl an ausgeschriebenen Stellen aus? Wie bei den Haushalten auch, betrachten wir hier ein einzelnes kleines Unternehmen, das exemplarisch Pars pro Toto für alle stehen sollte. Dieses habe folgende Gewinnfunktion, die es, wie es sich für Unternehmen gehört, natürlich maximieren möchte. Die Gewinnfunktion besteht aus drei Termen. Umsatz, Lohnkosten und Kapitalkosten. Wobei sich im ersten Term, dem Umsatz, noch eine weitere Funktion versteckt. Die Produktionsfunktion, Klein Q, abhängig von Arbeitskraft L und Kapitalstock K. Diese gibt an, wie viel Stück meines Produktes, was auch immer dies in dem Beispiel sein sollte, ich durch den Einsatz von L-Arbeitskraft und einem Kapitalstock K produzieren kann. Nehmen wir mal an, diese Funktion wäre Q von L von K gleich Quadratwurzel aus L mal die Quadratwurzel aus K. Eine recht einfache Funktion mit einer interessanten Eigenschaft. Für eine optimale Produktionsmenge wird eine Mischung aus Arbeit und Kapital benötigt. Ist einer der beiden Faktoren Null, dann ist nämlich auch die ganze Produktion Null. Die Lohnkosten sind das Produkt aus Arbeitseinsatz L und Lohnniveau W. Die Kapitalkosten, eine lineare Abschreibung auf den Kapitalstock K mit dem Abschreibungssatz Delta. Bevor wir das Optimum der Produktionsfaktoren berechnen, wollen wir noch eine wichtige Vereinfachung vornehmen. Der Kapitalstock K sei in kurzfristiger Betrachtung nicht veränderbar. Wir können kurzfristig Arbeitskräfte entlassen oder zusätzliche Arbeitskräfte einstellen. Aber eine neue Werkhalle oder zusätzliche Maschinen sei nur langfristig umsetzbar, ebenso wie eine dauerhafte Schließung eines Werks. Mathematisch gesehen wollen wir K bei der Optimierung also nicht als Variable betrachten, sondern als Konstante. Nach dieser Vereinfachung bleibt eine Gleichung mit einer Variable, die Arbeitskraft L. Wir leiten die Gleichung nach dieser Variablen ab und setzen die Ableitung gleich Null. Wir erhalten den folgenden allgemeinen Ausdruck. Bei der optimalen Arbeitskraft L entspricht das Lohnniveau dem Stückpreis des produzierten Gutes mal der zusätzlichen Menge an Stückzahl, die eine weitere Einheit Arbeitskraft realisieren könnte. Einfacher ausgedrückt, würden wir von diesem Optimum ausgehend zusätzliche Arbeitskräfte einstellen, dann würden diese zusätzlichen Arbeitskräfte genauso viel Lohnkosten verursachen als zusätzlichen Umsatzerzielen. Unterhalb der optimalen Arbeitskraft wäre der zusätzliche Umsatz größer als die zusätzlichen Kosten und oberhalb der optimalen Arbeitskraft wäre der zusätzliche Umsatz kleiner als die zusätzlichen Lohnkosten. Die nachgefragte Menge an Arbeitskraft sinkt im Lohnniveau. Das Angebot dagegen ist aus Sicht unseres repräsentativen Unternehmens eine Waagrechte. Warum? Wir gehen wie einfangs besprochen davon aus, dass wir sehr viele kleine Unternehmen haben, alle gleich und alle klein. Das einzelne Unternehmen sieht also das Lohnniveau des Gesamtmarktes als gegeben an. Es kann zwar geringere Löhne als marktüblich anbieten, aber dann würde es keine Bewerber haben. Schließlich gibt es eine unendliche Zahl an weiteren Unternehmen, die marktübliche Konditionen anbieten. Und es kann zwar höhere Löhne als marktüblich anbieten, aber auch davon hätte es keinen Vorteil. Denn wir haben angenommen, die Arbeitnehmer seien eine große graue Masse. Alle sind gleich und es gibt keine besonderen Talente, die ich durch höhere Löhne anlocken könnte. Eine ähnliche Logik steckt übrigens indirekt in der Gewinnfunktion mit drin. Der Preis dort ist konstant und nicht von der Produktion klein q des einzelnen Unternehmens abhängig. Hätten wir ein großes marktmächtiges Unternehmen, einen oligopolischen oder gar einen monopolischen, dann würde der Preis bei einer größeren Produktionsmenge fallen und das Unternehmen müsste dies bei der Gewinnmaximierung berücksichtigen. In der langfristigen Betrachtung wird die Optimierung dann auch noch schwieriger. Wenn auch der Kapitalstock veränderlich ist, dann könnten wir beispielsweise auch einen fortschreitenden Automatisierungsdruck modellieren, bei dem Unternehmen langfristig mehr auf K als auf L setzen möchten. Das würde allerdings den Rahmen dieses Videos deutlich sprengen und ist auch nicht unbedingt notwendig, um später das ISAD-Modell zu verstehen. Fassen wir also zusammen. Das Arbeitsangebot ist u-förmig im Lohnniveau, die Arbeitsnachfrage dagegen sinkt monoton im Lohnniveau. Das Optimum an Arbeitsangebot für einen Haushalt und Arbeitsnachfrage auf Seiten der Unternehmen hängt von deren Nutzen bzw. Gewinnfunktion ab. Die Arbeitnehmer wiegen zwischen Freizeit und Einkommen ab. Die Unternehmen zahlen vollständige Konkurrenz vorausgesetzt ein Lohnniveau so hoch wie die Grenzproduktivität der Arbeitskraft. Hätte eine der beteiligten Seiten Marktmacht, das heißt entweder große oder besonders prestigeträchtige Unternehmen oder besonders gefragte und seltene Spezialisten, dann könnte diese Seite das Lohnniveau zu ihren Gunsten verhandeln. Es bleibt in unserem Arbeitsmarktmodell jedoch auch vieles außen vor. In den meisten Berufsbildern sind Stellen nicht beliebig stückelbar, sodass die Arbeitnehmer im Extremfall nur zwischen 0 und 100% wählen können. Ebenfalls haben reale Arbeitnehmer nicht nur Einkommen und Freizeit, sondern auch Vermögen, Altersvorsorge, einen progressiven Steuertarif und eine soziale Absicherung, sodass die Nutzenfunktion deutlich komplexer sein sollte und sich auch mit fortschreitendem Alter und fortschreitender Karriere des individuellen Arbeitnehmers sich verändern sollte. Die wohl krasseste Vereinfachung aber, der Arbeitsmarkt ist hochindividuell und die Modellierung über viele homogene, gleichartige Arbeitgeber und Nehmer sehr fragwürdig. Oder würdest du zwischen den Arbeitgebern Tesla, Deutsche Bank und EU-Kommission absolut indifferenz sein? Hauptsache das Lohnniveau stimmt. Für dieses Video sind wir durch. Im nächsten Video stellen wir unser letztes abschließendes Makromodell auf, das ASAD-Modell. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und klick auf Abonnieren. Bis dahin! Bis dahin!